hier war ich doch schon sag mal denken das so bist du denn ganz ruhig sterben da hinten gar kein problem so wir fliegen und bald demnächst essen und trinken wo sie hin da drüben ist die insel wo ich rüber soll damit ich dann mal eben zeigen ding zu holen kann was auch immer der normalen müssen wir auch nicht schenken was das hier der anspruch in die werkstatt wie wie kann ich die werkstatt beanspruchen das ist da unten im jack ist jetzt noch nicht gefunden wie cool ist das denn essen ein radbär ok wir gehen dass man die bei keine ahnung wir gehen erst mal unten die dings beanspruchen die werkstatt und dann gehen wir mal rüber zur insel und dann gucken wir noch mal nach jack das ich weiß da waren wir da unmittelbar sparkiert sind da sind das doch diese leute oder wie die npcs die hier sind den soll er hinter dieser wand sein weg immer ganz kurz gucken das ist er da oben ja das aber nicht eng dass ich nicht eigentlich suche der punkt wird weit weg sein oder im zielbereich das ist schön also wenn das in gold leuchtet bin ich noch im zielbereich ist der unter mir ich weiß es halt nicht da ist noch jemand du bist auch nicht englisch ne du bist nur ein verbrannter verstehe nicht genau nein warte mal wir gucken jetzt noch mal sorry der ist neben ein auto was für was für ein auto was für ein auto tommy jetzt hier ich weiß es nicht was für ein auto ich bin konzentriert suche und finde ihn nicht ich weiß ja immer noch geschrieben ich habe überhaupt nicht auf den chat geachtet was für ein auto hier bin ich nicht mehr im zielbereich ich muss zurück sorry was für ein auto das geht auch nicht schade hier zielbereich ja schön geh zurück wo du gerade den zombie getötet hast ja das war ja hier hier habe ich den gerade getötet okay ja ich bin ein auto jetzt haben wir gerade getötet ja ja auch keine stimme mehr warte mal im roten im roten haus ist da hinten oder wie man nicht raus im roten raus immer einem roten haus meinst du das hier von cotton candy meinst du wirklich dass der da oben ist ich komme hier leider nicht hoch und hier gibt es ja viele 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 rote häuser warte mal hier ist der zon die ich getötet habe du sagst du hast da hinten ist 1 da ist 1 da und da dann war keiner ach nee du meinst den tue da hinten oder wie nee das ist jemand an wenn du den da hinten auf dem dach meinst das ist jemand anders das ist ganz ganz jemand anders der ist das tatsächlich nicht bis hier rechts hier nö da war etwas anderes drin beim lkw ist hier du meinst das hier das war eine gottlose puppe war das ok gut ja danke danke für den tipp das war eine gottlose puppe wer weißt du das denn neugierig will da wissen genau töte dem bla 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 wir haben schon gefunden dann haben wir das auch schon geschafft cool das abgeben youtube hat das jetzt schon mal angeguckt so gut dann müssen wir jetzt noch die werkstatt beanspruchen gehen und dann geben wir uns das dahinten noch ein ok so die werkstatt soll hier hinten sein ich muss ich mal zurück lehnen ach so ist jetzt nicht so schwierig 15 25 so viele kronkorken hilfe so viele gottlose kronkorken die werkstatt kann nicht benutzt werden während spieler versuchen sie zu beanspruchen ok nicht im besitz war geht immer gleich da drüben hin verfügen über eigene baumaterial und ressourcen bau verteidigungsanlagen und kerle verteidigungsanlagen ok so dann kann ich das hier schützen dann kann man dass sie keiner sich holen oder wieso verstehe ich das jetzt so kann sich das nicht so gott 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 ok wir können sich ja wirklich nur dings bauen eine eigene base was das denn budget könnte ich hier durch bauen aber ich brauche strom anscheinend strom bekomme ich ich komme ich nach unten weiß ich nicht okay egal dann gehen wir das andere holen dies haben wir auch schon geschafft ich noch das ei haben ganz gerne da hinten und dann gucken wir mal das müsste ja irgendwo tatsächlich da sein wenn wir seit auch noch eine aufgabe so viele questen hilfe ich werde 100 200 300 folge in dem spiel hängen ich jetzt alles auf youtube fertig hochgeladen habe eben kässe so dahinten ist die andere kass gibt es eine brücke muss ich jetzt wirklich durch das wasser schwimmen mit jedem gefällten baum kommen wir unserem zu hause ein stück oder ja nein okay erst mir egal ich gehe weiter ich muss ja nicht durch das wasser schwimmen das ist doch alles radio versorgt naja let's go oh gott plus neun hilfe oder aber ich lasse mich raus so wir sind schon mal drüben okay ich habe es mir kritischer vorgestellt tatsächlich naja habe ich das sei ob ich muss das zurückbringen so sei geht zurück zu dings zu dings sollte mir hilft eben und dann geht er zum sägewerk und ich werde den führer wahrscheinlich umbringen macht sich bereit für die verteidigung wir werden verteidige ernsthaft wow jetzt bin ich davon weggekommen hilfsmittel ich will davon einmal nutzen und ich muss gleich verteidigen in einer minute naja können wir uns gleich erstmal angucken was bist du labor station das muss ich später oder früher auch bauen die rennstrecke ist mir eigentlich egal eigentlich die rennstrecke hier will ich auch gar nicht bleiben aber warum ist das jetzt hat jetzt jemand beansprucht war jetzt jemand hier warum soll ich so ein misstaufen hier verteidigen das will ich doch gar nicht nö 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 das werde ich mir nicht antun das ist mir egal weg hier keine zeit die für einen besseren ort wenn dann haben ja macht mal macht mal ich muss was zurückbringen ich habe keine zeit dafür irgendwas zu verteidigen ach so die respawn auch okay also respawn die kreaturen monster war er war auch alles klar dann rüber hier und dann zu ihm das abgeben und dann muss ich zurück zum sägewerk um den banditenanführer wieder zu töten und oder ja ihn zu überreden dass das lassen soll hast du meine ja auch hier ist es wenn du ausgeschlüpft bist nennst du mich papa jetzt hier mein teil der abmachung macht das beste draus abgeschlossen ok was habe ich jetzt bekommen das würde ich das würde mich interessieren irgendwo dran stehen würde was habe ich jetzt bekommen ich schweige es nicht töte die man banden an führer oder bringen man natürlich dazu dass du wehrt wurden ruhe zu lassen wie kann ich markierte orte wieder weg machen ich habe keine ahnung ja aber wo ist denn auftragsiger töte ach so ist mir egal sollen sich angreifen das interessiert mich da unten nicht ok jetzt ist auch das vorbei es geht aus essen und trinken los oder 8 das ist ja das ist ja ein stück ok also sechs dahinten so ich muss dahinter ok dann geht es jetzt da in diese richtung ok ich muss mal irgendwann mal googeln und herausfinden ob es irgendwas gibt was mich schneller macht laut wo ob es drei tiere gibt also pferde oder habe ich fahrzeuge bauen können wo ich denn später ist das ein spieler ne das sind achso ne die greifen das jetzt an ja ist mir egal tschüss keine zeit dafür wenn du gehst erhältst du keine belohnungen wenn du gehst erhältst du keine belohnungen ach so ja ist mir doch egal will ich auch gar nicht tschüss da unten ist eine werkstatt irgendwas aber da will ich ja gar nicht hin ich möchte ja tatsächlich erst mal dahinter um den banditenanführer wieder zu überreden oder töten eins von beiden ich höre schütze und wenn ich mich noch mal die siedler hallo schön was denn aber ich nicht ist ziemlich wertlos ist ärgerlich das glaube ich dachte verfall nach dem vorlauf verfall und nukleär gedöhnt und so weiter und sofort kann das nachvollziehen die wird auch in den nächsten 100 200 300 jahren nichts mehr anzubauen sein das ist das land möchte nun so beitreten ich möchte nirgendwo beitreten gar kein interesse dazu was ich möchte es sind dann immer die dann führer wieder zu töten vernichten oder zu überreden dass er das an ruhe lässt aber das ist halt ein stückchen ein großes großes stückchen naja schön hier aber waren sie schon mal in wittenberg oder wie ging das ich habe keine ahnung wie das mir hingegen ich weiß es nicht mehr es ist alt das weiß ich da hinten ist das sägewerk oder ist das tatsache ich meine wenn ich die jetzt töte dann an der sind ich muss mal gucken ich habe da noch eine andere ich habe noch andere waffen warte mal ja hier unten zum beispiel macht 30 damage wie kann ich als favorit hinzufügen warte mal kämpfe den achten kann ich direkt überlegen ablegen stufen aufstieg habe ich sogar zwei ne abliegen will ich nicht extra suchen reparieren die macht mehr schaden wie kann ich sagen dass ich das man da hinlegen möchte die ändern war ach come on aber wie ist denn jetzt die andere pistole die ich eigentlich da reinlegen wollte könnte auch sowas die antibiotika sowas reinigen sollte immer das immer schnell zugesucht haben das ist für mich jetzt so nicht so das wilde das war aber nicht das was ich wollte ich wollte eigentlich das jagdgewehr hier haben ob ich das ist schon angenehmer da hinten ist der dude ich muss mal gucken wo es noch dran steht welche munition typen ich für je mögliche waffe brauche ja das kommt dann auch noch dazu genau so wir sollen jetzt mit dem anführer sprechen sprechen oder töten was ist schöner ich will mit den action haben und die waffen diese haben würde ich ganz gerne auch mitnehmen ach schon wir sind ja schon level ab gewesen hallöchen keine angst eigentlich nicht du aber jetzt wo du sagst aber ich will keine andere möglichkeit mehr warte mal warte mal warte mal stopp jetzt habe ich mich selbst eingeschwert ärgerlich sekunde ich brauche mal ganz kurz essen und trinken ich brauche ganz kurz hilfsmittel ich muss mich mal ganz kurz heilen das halte mich und was schaden resistenz cool ja klar ob er das mit dauern ist das ding kaputt ist gibt es eine schwachstelle oder irgendwas dergleichen das ist kaputt cool guck mal komm ich hier nur okay dann werden wir jetzt töten dann ist das so ich wollte eigentlich da rein dachte ich kann hier einfach einlaufen ohne probleme die werfen granaten warte mal aua ich brenne ich brenne ich schieße mich jetzt hier noch an warte mal ich brauche wieder ein tag was passiert wenn ich überlande in meinen zu nehmen weil danke mal los geht auch noch die schnell war ausführen was baut ein camp in eine lagerkiste um dort zu nix gebrauchte gegenstände zu verwahren ja das weiß ich ja aber ich bin überladen bis level 5 gar nicht so einfach die zu treffen haben zu nehmen bei warum ist das so schwer ich sehe noch nicht ich sitze viel zu geschild hier anscheinend ok ich muss mir jetzt anders entsetzen sonst hätte ich nie was treffen so ich habe auch so nicht cool wir kommen hier rüber wo stört und viel zu überladen du triffst nicht haha super danke ok wie komme ich jetzt da hoch und kann ihn von hier aus vernichten der scheint ja da oben zu sein ok ich brauche danach die die man eine lagerkiste oder irgendwas dergleichen ich habe so viel ist rot bei mir das ist ja unnormal ist ja ärgerlich du bist du tot ist ja schade ähm gut wir gehen mal ganz kurz hoch wollen wir ganz kurz den hier oben vernichten der mich schon die ganze zeit der mich schon die ganze zeit nervt der schießt von hier hinten mit einer pump gun ach so na klar mache ich auch ganz gerne jeden tag ja klar da schieße ich auch auf dem turm mit einer pump gun na klar so wir müssen jetzt aber da ach so ich fahre wie ausdauer wenn ich jetzt laufe oder wie ok wir sind ja auch komplett überladen was das angeht ok springen da brauche ich jetzt auch mega viel ausdauer das ist aber erstmal ok hallo säge da oben ist das jetzt eine instanz ist das jetzt keine instanz leben ist ganz gut nur dass ich halt ein bisschen überladen bin ist ein bisschen schade aber sonst ist ok wollen wir draußen einfach mal irgendwo ein camp hin in den lager geht es denn dass wir ganz einfach da sachen lernen können ist ja bestimmt oben oder warum sollte unten sein was war das ist doch jemand ist doch jemand wo er die wache muss ich mir geben danke und wo wurde ich angeschossen unten ja läuft von unten wir haben schon wieder die siege verbrannt in den ursprung ach so ja machen wir noch irgendwas anderes anderes zu tun tatsächlich ich glaube wir mussten so rein wird gar keine andere chance hallo ropper ist hier gerade tag der offenen tür jo ist so sag mir sofort wer zum teufel du bist und was du hier willst ich der deine leute umgebracht habe damit ihr das da hinten wieder in ruhe lässt ist das so jo und warum sollte ich das tun weil ich gerade den ganzen leute umgebracht habe weil ich äh crane bin und ich weiß wo der schatzi ist was achso schatz ist lol klar bist du das aber wenn du weißt wo dein schatz ist bin ich ganz hoher weißt du vielleicht wer die richtigen weißt du vielleicht war der richtige schatz die ganze zeit vor unserer nase freundschaft ich weiß nicht wo er ist aber ich finde ihn für dich nein vergiss es ist ja ärgerlich komm wieder wenn du was brauchbares rausgefunden hast ich werde jetzt nicht den schatz suchen wer bin ich denn glaub bloß nicht ähm ich will euch anschließen und ich will einen diamanten besetzen oh also haben wir beide einen dringenden wunsch erklär mir doch warum deiner in erfüllung gehen sollte weil ich der beste dafür bin äh weil ich alle in weia töten will genau wie du weil ich keinen schatz besorgen kann weil ich die gefährlichste man in appalachias weiß ich warum du appalachia von geschrieben hast äh bin und ich bin bereit in das zu beweisen kein interesse an gefährden finde den schatz und du gehörst zu uns okay ich bringe den schatz äh äh darum erstmal nachhören lol das hat weh getan dein begräbnis ist der wirklich sicher jacky oh lol der ist ja wirklich jacky lol der ist der ist jacky man muss mal ganz kurz sache wechseln warte mal danke du 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 Untertitelung des ZDF, 2020